Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde, zum ersten Video im neuen Jahr. Ich habe auch gleich schon richtig losgelegt. Ich habe zwei Aktien aus China gekauft. Welche da sind, verrate ich euch in diesem Video. Ich möchte euch auch zeigen, wie ich dabei vorgegangen bin und wie man versuchen kann, das Risiko in China zu minimieren. Mein Name Thorsten Tietig, betreibt das heute Aktienfindernet und hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien, hauptsächlich um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Ich hoffe, das gelingt uns gemeinsam auch in diesem Jahr. China ist sicherlich umstritten, auch als Land für Investoren. Da muss letztendlich jeder selbst entscheiden, ob er sich darauf einlassen will. Es gibt allerdings ein reges Interesse an China. Das haben wir jetzt wieder gemerkt, nachdem wir diesen Artikel hier veröffentlicht haben auf dem Aktienfinder-Blog. China, so hast du den Markt im Griff. Den haben wir mittlerweile dreimal bereits aktualisiert und wir haben weiterhin sehr viele Zugriffe. Und da dachte ich mal, wir verbinden jetzt das Ganze, die Theorie mit der Praxis, mit meinen beiden Aktienkäufen von heute Morgen. Ja, China nochmal, warum ist das so ein interessanter, aber auch umstrittener Markt? Umstritten ist das, was die Schlagzeilen beherrscht. Da haben wir ja die Spannung mit den USA. Hat ja angefangen, nach außen zu treten, ganz stark mit dem Handelskonflikt, mit Sanktionen, mit Strafzöllen. Und mittlerweile haben wir die Delistings, die uns Aktionäre beschäftigen, Stichwort auch nochmal ADRs. Also wir haben einfach, diese alte Supermacht trifft auf die neue Supermacht. Dann haben wir aber auch innerstaatliche Herausforderungen in China. Das heißt, die Kommunistische Partei Chinas hat jetzt auch mal gezeigt, bis hierhin und nicht weiter, bezüglich den eigenen Unternehmen. Alibaba haben wir auch einen eigenen Artikel dazu geschrieben. Der geplatzte Börsengang, der Ant Group, dann Vorwurf des Marktmissbrauchs, Ermittlungen und jetzt das Verschwinden, plötzlich wieder auftauchen oder dann doch verschwinden von Jack Maher. Das zeigt halt alles, dass hier gewisse Risiken und Spannungen vorhanden sind auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir eben China als Wirtschaftsmacht, als aufstrebende Wirtschaftsmacht nach wie vor. Wenn wir mal einfach mal hier gucken bei Trading Economics, das ist das Bruttosozialprodukt und hier siehst du, dass die Wirtschaft in den USA nach wie vor schrumpft. Wir haben jetzt hier, das müssten die Quartale sein, jawohl. Also zwei rückläufige Quartale in den USA, wenn du dir hier mal China anschaust, da sind die bereits wieder auf den Pfad des Wachstums zurückgekehrt. Werde jetzt sicherlich dann Kommentare lesen dürfen, dass man den chinesischen Zahlen nicht trauen darf. Kann man über alles diskutieren, aber wir haben da nichts Besseres, deshalb nehmen wir mal das. Und hier sieht man dann, dass Ganze wieder quasi auf dem Weg nach oben ist und bereits wieder auf positivem Terrain. Es sind nur so kleine Indikatoren. Man sieht auch bezüglich Corona, dass der chinesische Staat mit Corona besser zurechtkommt als viele westliche Nationen. Es soll jetzt aber keine moralische Wertung sein, dass man es hier besser macht als da drüben oder dass wir das politische System wechseln sollten. Beileibe nicht. Ich versuche einfach nur ein paar Anschlüsse zu geben und mehr oder weniger Fakten zu nennen, die ich für glaubhaft halte. Ja, insofern, also so ein Umfeld finde ich schon, dass es interessant ist, China sich mal auch ins Auge zu fassen als Investor. Genau das habe ich getan und gehen wir mal in den Aktienfinder rein, möchte ich doch schon mal verraten, was ich gekauft habe und warum ich das getan habe. Ich habe einen Merkzettel hier schon mal angelegt und wenn ich den auswähle, dann siehst du schon mal, in welche Branche ich investiert habe. Und jawohl, es ist die Telekommunikation. Das sind hier genau die drei Unternehmen, die gelistet werden sollen oder doch nicht sollen oder jetzt wieder sollen. Wir haben ja hier ein bisschen Hauruck, also das ist hier China Mobile, die letzten fünf Tage, die Charles und er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht. Also wir haben hier dann das Aufatmen, also es hieß kurzfristig, nee, die Telekommaktien, die drei aus China werden doch nicht delistet. Und dann hieß es, nee, sie werden doch delistet. Und hier habe ich dann gekauft, relativ zum Börsenschluss hin. Warum habe ich diese Aktien gekauft, das klären wir jetzt. Ja, das Geschäftsmodell ist soweit aus meiner Sicht solide. Es gibt Gegenwind in China bezüglich oder für die Telekommunikationsunternehmen. Und bevor ich jetzt so arg ins Detail eingehe bezüglich den China-Aktien, möchte ich noch was anderes mal zeigen. Und zwar haben wir hier einen Absatz geschrieben, so reduzierst du dein China-Risiko. Hier dann auch nochmal mit ein paar Tipps. Zum Beispiel, dass man die ADR-Problematik inklusive Delisting umgehen kann oder zumindest mildern kann, weil wenn institutionelle Investoren verkaufen, dann belastet es tendenziell den Aktienkurs schon. Und das haben wir hier ja auch gesehen bei China Mobile. Beispielsweise, wir haben hier die Original-Aktie angezeigt und nicht den ADR. Und trotzdem gab es hier wieder so einen Gap und gab es hier wieder einen entsprechenden kleinen Kurssturz. Das heißt, die Problematik so wirkt sich schon auch auf den Aktienkurs aus. Aber wenn du die ADR nicht hast, hast du schon mal ein Problem weniger. Dann habe ich noch gesagt gehabt, hohe Marktkapitalisierung, lange Börsenhistorie und niedriges Konfliktpotenzial mit der allmächtigen Kommunistischen Partei. Also das wären so Sachen, die sind definitiv auf der Haben-Seite, wenn man sich für eine China-Aktie interessiert. Und das können wir hier dann auch mal kurz so ein Stichwort oder Checklistenartig dann mal uns mal anschauen. Gucken wir mal China Mobile an und jetzt muss ich mal sagen, welche zwei von den drei Aktien habe ich gekauft? China Mobile und China Telekom. Da bin ich jetzt investiert. Wenn man sich mal die fundamentalen Daten erstmal anschaut, Unternehmensunternehmen, es ist egal, ob es in China, USA oder Deutschland ist, dann sehen wir hier am Anfang hier in den Jahren sehr hohe Margen, operative Margen von 35% und ein sehr schönes Wachstum des Umsatzes und dann plötzlich hier Stagnation, sogar leicht rückläufig mittlerweile und die Margen gehen so richtig nach unten. Das sieht also nicht besonders einladend aus und lässt auch nichts Gutes verheißen, was die Kursentwicklung angeht. Wir haben dann hier die Dividenden, also die Pro-Aktie-Kennzahlen, dann auch noch den Gewinn pro Aktie, den Cashflow und da haben wir doch, nachdem wir hier ebenfalls, dank dieser steigenden Umsätze, schön steigende Gewinne, Cashflows und auch relativ dynamisch steigende Dividenden hatten, noch eher Stagnation bis sogar leicht rückläufig. Die Chinesen sind übrigens nicht so fleißig, wenn es ans Aktienrückkaufen geht, wie die Amerikaner, kann man hier sehen. Trotzdem habe ich hier investiert mit so einer mittleren Haltedauer, würde ich mal sagen, das heißt jetzt eher so zwei, drei Jahre, weil ich hier ein gutes Renditepotenzial sehe, also Chance-Risiko-Verhältnis ist also, wenn man so will, so einen leicht spekulativen Touch. Wir gucken uns das Ganze gleich an. Worauf ich mein Augenmerk, das Augenmerk lenken möchte, ist hier die Dividendenrendite. Ich bin nicht in erster Linie Dividendeninvestor, aber wenn es die dazu gibt, lehne ich jetzt die Aktie auch nicht kategorisch ab. Wir haben hier Dividendenrenditen von 7,5% und über 6%. Das ist natürlich auch immer wichtig, ist es hier ein Papiertiger, müssen wir mit einer Dividendenkürzung rechnen. Gucken wir uns das kurz an. Interessant ist in diesem Zusammenhang der Chart hier, und zwar einmal die Schulden, wenn du dir die Schuldenquote anschaust, hier 35% ist relativ mäßig. Schau dir mal die anderen Carrier, Telekommunikationsunternehmen in der westlichen Welt an und sag mir dann, wer eine Schuldenquote hat, die niedriger liegt. Ich habe nicht explizit gesucht, aber ich weiß auch gar nicht, ob es einen gibt. Jedenfalls ist es nicht so hoch. Gucken wir uns dann noch an, wie es um die Tienungskraft und den Cashbestand bestellt ist. Und dann sehen wir hier, wir haben einen Dividenden in Höhe von 60.000 Millionen Hongkong-Dollar. Das wären 60 Milliarden, wenn ich es jetzt richtig sehe, ausbezahlt. Einen freien Cashflow von 67 Milliarden Hongkong-Dollar. Das heißt, die Dividenden sind gedeckt. Das ist jetzt mal gut. Was noch schöner ist, ist, wenn wir uns den Cashbestand hier angucken, 520 Milliarden Hongkong-Dollar. Das heißt, man könnte ungefähr aus der Kasse quasi für 8, 9 Jahre Dividenden finanzieren, obwohl es ja nicht notwendig ist, weil der freie Cashflow ja hoch genug ist. Und das ist, was die Sicherheit der Dividende angeht, schon so weit, dass ich sagen würde, ich halte die Dividende für das erste sicher. Wir sehen auch, dass der freie Cashflow ansteigen soll. Er war aber nichtsdestotrotz rückläufig gewesen hier in den letzten Jahren. Jetzt muss man mal kurz ein bisschen was sagen zu den Telekommunikationsaktien oder den Telekom-Aktien in China, warum hier wir eine Stagnation haben und so stark rückläufige Margen. Wir haben in China, in China ist der Ausbau der Digitalisierung Chefsache, genau wie in Deutschland. Aber es scheint in China ein bisschen anders, effizienter an der Stelle zu laufen. Das heißt, wir haben Regulierung wie drüben, aber wenn die chinesische Partei, die Allmächtige, sagt, die Tarife werden gesenkt und 5G wird ausgebaut, dann wird das halt entsprechend getan. Und es zeigt sich dann halt in den sinkenden Margen. 5G-Ausbau in sinkenden Cashflows aufgrund von hohen Investitionen. Und das belastet natürlich das Ergebnis. Hinzu kommt eine gewisse Marktsättigung in China mittlerweile, sodass auch natürlich wirtschaftlich gesehen die Wachstumsraten nicht mehr so hoch sind wie zuvor. Ganz klar führt es dann eben zu diesen Fundamentaldaten, die wir hier sehen und auch sicherlich zu niedrigeren Bewertungen am Markt, niedrigeren KGVs beispielsweise. Wir haben auf der anderen Seite aber, und das wurde von unterschiedlichen CEOs von diesen drei Unternehmen bereits gesagt, das Schlimmste scheinbar hinter uns. Das heißt, die Unternehmen haben ihre Schuldigkeit im weitesten Sinne getan. Es ist nicht damit zu rechnen oder diese Unternehmen rechnen nicht damit, dass der Margenrückgang weiterhin so drastisch ausfallen wird, dass sie die Tarife so reduzieren müssen, weil sie eben schon viel getan haben in die Richtung. Und ganz zentral ist jetzt bei dem Investment jedenfalls für mich gewesen, zum einen, dass wir hier ein solides Geschäftsmodell haben. Das heißt, dass auch wenn wir jetzt hier Stagnationsphase haben, im Gegensatz zu früher, wir nach wie vor solide Cashflow, solide Gewinne haben. In diesem speziellen Fall auch Dividenden, die weiterhin finanziert werden können, weil Dividendenkürzung ist auch nicht wirklich mein Fall. Und dann jetzt hier aber ganz wichtig, dass wir eine günstig bewertete Aktie vor uns haben. Das heißt, dass ich eine Aktie ins Depot mir hole, die ein Wertaufholungspotenzial hat. Weil wenn man das hier so einfach sieht, dann kann man nicht davon ausgehen, dass die Aktie aufgrund des organischen Wachstums oder aufgrund des Unternehmenswachstums, kann ja auch zugekauft sein, hier große Sprünge machen wird, das wird eher so ein Seitwärtsdümpler sein oder im besten Fall leichte Dividendensteigerung, leichte Kursgewinne. Die Aktie muss also schon unterbewertet sein, damit sie renditemäßig was reißen kann, auf mittlere Sicht, nicht auf lange Sicht, weil Wertaufholungspotenzial, das kommt einmal quasi, dann springt die Aktie wieder an, nähert sich dem fairen Wert und dann ist es vorbei. Deshalb meinte ich auch, aus meiner Sicht sind es hier mittlere Investments, zwei, drei Jahre, so lange wie es braucht, dass sich der Aktienkurs quasi wieder erholt. Wenn ich von erholen spreche, müssen wir in die Bewertung reingehen, dann gucken wir uns kurz den Dividendenturbo an, weil viele Leute ja so ticken, die gucken sich zuerst die Dividendenrendite an im historischen Vergleich. Hier gab es mal Sonderdividende, deshalb der hohe Sprung nach oben ist aber nicht symptomatisch. Symptomatisch sind hier diese Jahre mit der Dividendenrendite, die hier bis maximal 4% ging und dann gab es hier mal eine niedrigere Dividendenrendite um die 3%, also irgendwo zwischen, hier waren es sogar knapp 5%, sagen wir mal zwischen 3 und 5%, wenn wir großzügig sind und momentan, du siehst es bereits, 7,5% Dividendenrendite, das soll auch noch ein bisschen weiter steigen, also deutlich mehr Dividende als zuvor. So, jetzt gucken wir uns mal die Bewertung an, wo wir uns nicht nur die Dividende anschauen, sondern auch den Gewinn, Cashflow und ja, auch nochmal die Dividende, okay, und plus der bereinigte Gewinn noch, also 4 unterschiedliche Maßstäbe und da gucken wir dann, wie die Bewertung hier ausfällt. Wenn ich jetzt mir mal den kompletten Zeitraum anschaue, dann mache ich mal, hier ist ein Jahr kleiner, weil da gibt es nur die Gewinne, sieht hässlich aus, ich denke, 3 Jahre vorwärts als Prognosen reichen auch aus. Da würde ich hier mal ab hier die Bewertung machen, weil wir hatten hier quasi die guten Jahre, hier ging es auch noch aufwärts, ab hier hatten wir dann Stagnation mit leicht rückläufigem Gewinn, dann möchte ich auf dieser Grundlage die Multiples berechnen, hier hat aber in dem Fall gar nicht viel geändert und dann klicken wir das mal weg und schauen uns hier die fairen Werte an, das heißt, wir zoomen dann ein bisschen näher rein, ab hier 2013 vielleicht, oder 2012 auch, so ab 2013, damit es noch ein bisschen schöner aussieht, 2014 sieht es noch schöner aus, so, und dann sehen wir hier die unterschiedlichen fairen Werte und die liegen alle relativ nah beieinander, zwischen 70 und 80 Hongkong-Dollar, ich zoome noch ein bisschen näher ran und jetzt mache ich auch den, ich zoome noch näher ran, damit das hier weg geht, dann sieht es noch besser aus, hier kannst du jetzt alles wunderbar sehen, hier mit dem aktuellen Aktienkurs, also man sieht ganz klar den Abwärtstrend hier, momentan bei 43 Hongkong-Dollar und wenn wir diese Multiples hier annehmen, beziehungsweise diese historische Dividendenrendite von 4,6% ab 2013 bis heute, dann sehen wir eben, dann bekommen wir eben diese fairen Werte, die deutlich über dem liegen, was wir momentan haben. Wir haben momentan eben ein KGV von 7, das relativ niedrig ist und das ist jetzt eben das Wertaufholungspotenzial, das ich vorhin schon angesprochen habe, grafisch visualisiert. Wenn man das jetzt mal 1 zu 1 verbarer Münze nehmen würde, dann käme man hier auf eine Renditeerwartung jährlich von 26,5%, wenn wir das hier miteinander verbinden, das möchte ich nicht so ehrgeizig sein, denn da möchte ich auch noch eine kleine Margin of Safety mir einkalkulieren. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir wieder diese KGVs erreichen werden so schnell, aber es reicht ja, wenn wir einen Teil davon, eine Teilwertaufholung haben und da werde ich jetzt nicht die Multiples einzeln, alle 4 korrigieren, damit diese unterschiedlichen fairen Werte wieder zusammenhängen, könnte ich tun. Ich gehe einfach hier weiter nach unten, ungefähr auf die Hälfte, wenn wir sagen, faire Werte liegen irgendwo und da möchte ich jetzt hier diese Jahre nehmen und nicht die von der Gegenwart, weil ich durchaus bereit bin, die Aktie etwas länger zu halten. Die liegen irgendwo zwischen nach wie vor 70 und 80 Hongkong-Dollar. Dann könnten wir runtergehen auf hier unter 60 sogar, hier auf die 58 Hongkong-Dollar, die Punkte miteinander verbinden und dann hätten wir aufs Jahr eine Renditeerwartung von knapp 17%. Etwas mehr Kursgewinne als Dividende. Bezüglich Dividende haben wir übrigens aus China keine Doppelbesteuerung zu erwarten, also keinerlei Probleme, man bezahlt dann die Abgeltungssteuer. Das ist mein aktueller Wissensstand, der auch bestätigt wurde durch Dividenden, beispielsweise die ich von Tencent bekommen habe. Da wurde auch nichts abgezogen seitens China. Und das ist jetzt im Prinzip die Renditeerwartung, wo ich jetzt sagen würde, die ich auch so habe und die ich so als soweit realistisch einschätze, einschätze, ist nur meine Sicht der Dinge, weshalb ich dann entsprechend die Aktie gekauft habe. Was ich jetzt mache, ist nichts anderes wie cool bleiben und Dividenden kassieren sozusagen und zu schauen, was die Aktie dann so treibt. Das heißt, ich werde natürlich dann auch beobachten, was der Aktienkurs macht, ob es irgendwelche News gibt, die vielleicht meinen Investment Case zunichte machen. Und wenn aber nichts groß passiert, dann halte ich einfach die Aktie, kassiere weiter Dividende und hoffe dann, dass irgendwann der Aktienkurs entsprechend wieder anzieht. Auf dem KGV vielleicht von um die 10 würde ja schon reichen, dass wir hier ordentliche Kursgewinne einstreichen. Und dann habe ich natürlich zu entscheiden, aber das ist dann eine andere Frage, die ich in Zukunft stellen werde, wann ich die Aktie verkaufe. Und das mache ich auch mit der anderen Aktie, mit China Telekom, die ich auch noch gekauft habe. China Unicom habe ich nicht gekauft. Die ist bei mir relativ schnell rausgeflogen. Aufgrund der Vergangenheit in der Historie reicht auch schon, wenn du die Gewinnentwicklung anguckst und die Dividenden, die mehrfach gestrichen worden sind. Die große Aktie übrigens ist China Mobile. Das ist auch hier eine Marktkapitalisierung. Und dann haben wir hier noch China Telekom und China Unicom als die Nummer 2 und 3. Jetzt vielleicht nochmal ein kleiner Rückgriff auf das hier, so aus dem Markt im Griff mit der kleinen Checkliste. Ich habe also nicht die ADR gekauft, die möglichst sehr wahrscheinlich bald gelistet wird von amerikanischen Börsen. Ich habe mir Aktien geholt, die eine hohe Marktkapitalisierung haben, die eine lange Börsenhistorie haben. Ich habe mir Aktien geholt, die Erfüllungsgehilfen der chinesischen Regierung sind und nicht der chinesischen Regierung so lange auf die Füße rumtrampeln, bis sie einen Tritt in den Hintern bekommen, so wie jetzt Alibaba. Der Grund des Delistings ist ja gerade gewesen, dass die Telekommunikationsunternehmen Verbindungen zum chinesischen Militär haben, als Ultimate Parent, wie es so schön heißt. Das heißt, sie sind regierungsnah und China Mobile hat über 70%. Ich hole mal nochmal die FactSet Workstation. Das ist der Issue-Tracker übrigens, das habe ich gar nicht geplant. Da haben wir heute eine neue Aktie aufgenommen. Da gibt es was bezüglich den Earnings. Da habe ich was gemeldet. Wenn wir hier aber reingehen, dann sehen wir einen Augenblick. Ich muss mal kurz China Mobile aufrufen. Hier sind sie. Und da können wir dann die Ownership uns anschauen. Und dann siehst du hier Government 72%. Das heißt, die sind definitiv regierungsnah. Und müssen als Erfüllungshilfe auch mal betriebswirtschaftlich kürzer treten, habe ich gerade erklärt, ist aber nicht damit zu rechnen, dass die direkte Konfrontation kriegen werden mit der Kommunistischen Partei, weil sie ja von der Kommunistischen Partei beherrscht werden. Insofern hier überall kleine Häkchen dran, sodass wir da vor unliebsamen Überraschungen gefeit sein sollten. Jedenfalls, ich wiederhole es gerne, meine Meinung dazu. Gut, die zweite Aktie müsst ihr dann selber analysieren. Die dritte auch, wenn es euch interessiert. Sonst wird das Video zu lange. Ich hoffe, es war interessant, hat euch ein bisschen was gebracht. Mich würden natürlich auch eure Kommentare interessieren, wie ihr China seht, wie ihr zu den Aktien steht. Vielleicht habt ihr noch die ein oder andere interessante China-Aktie bei euch im Visier. Dann könnt ihr ja das, was ich hier gesagt habe, hoffentlich auch so ein bisschen verwenden, um die Aktie besser einzuschätzen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Selbstverständlich in diesem Jahr. Ciao.